Hallo zusammen, das ist Jessica, das ist Leon, ich bin Lanschen. Wir machen alle drei eine Lehre als Oberflächenbeschichter EFZ an der Aero AG in Waldenburg. Kommt mit, ein Alltag von uns anzuschauen. Der Aero gibt es seit 1882 in Waldenburg und wir sind zuständig für verschiedenste Metallveredelungen. Als Oberflächenbeschichter besteht mein Alltag darin, die Badkonzentration zu kontrollieren und verschiedenste Kundenteile mit diversen Metallen zu veredeln. Die Lehre in der Aero AG ist sehr vielfältig und wir haben sehr viele Fachkräfte hier, die uns in jeder Zeit unterstützen wollen. Vor allem bekommen wir Aegea von Aero AG zu unseren Privatnussen. Trotz der Grösse der Aero ist es sehr familiär hier im Betrieb und wir werden sehr gut unterstützt in Gruppen wie auch individuell. Für die Lehre als Oberflächenbeschichter sollte man auf jeden Fall selbstständig und sorgfältig arbeiten können und ein gewisses Interesse an Mathe, Physik und Chemie mit sich bringen. Nach der Lehre besteht die Chance, dass man in Aero AG weiterarbeiten kann oder man könnte auch Berufsmatur machen und dann auch Chemie studieren. Wenn dir der Einblick in unseren Arbeitsalltag gefallen hat, dann bewirte dich dich jetzt bei Aero in Waldenburg als Oberflächenbeschichter. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. ambar Vielen Dank.